Musik 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 Atlas Systemanzug wird initialisiert Musik Lebenserhaltung aktiviert Schildkinetiksystem online Musik Scanner beschädigt Reparatur erforderlich Musik Luftschubjetpack Online Musik Multiwerkzeug und Minenlaser Einsatzbereit Benutzerinitialisierung Abgeschlossen Musik E Bash Hey Leute ich bin der Sven und willkommen bei no man sky Jo so sieht halt unsere Absturz Stelle aus Ich bin echt mal gespannt wie das Spiel hier wird ausanger Ich habe jetzt auch keine Ahnung was wir machen müssen weil ich habe extra nichts darüber gelesen, damit ich mich hier voll und ganz überraschen lassen kann. Aber so wie es scheint, ruckelt das gerade hier ganz schön. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das kriegt sich jetzt hier ein. Ja, genau, das Einzige, was ich gelesen habe, wir müssen mit dem Überantrieb aufpassen, dass wir jetzt das Tutorial machen, mal schauen, wie das geht. Weil ich habe ja das Vorbestellerschiff und wenn wir das gleich nehmen würden, dann kann es sein, dass wir dann irgendwann mal irgendwo feststecken und das wollen wir ja nicht. Weil wenn wir das Tutorial jetzt nicht abschließen, dann fehlt uns, ich glaube, ich habe gelesen, irgendwie so ein Bauplan und dann ist es teilweise so ziemlich schwer, diesen Antrieb dann herzustellen woanders. So, na gut. Mal schauen, was wir jetzt hier machen müssen. Boah, scheiße, jetzt hat sich das aufgehangen, hä? Okay, was müssen wir jetzt machen? Startschiebe, kritisch, beschädigt, drücke Tab und Inventar zu öffnen. Okay. Installierte Technologie und organisiere die Fracht deines Raumschiffs. Ah, okay. Die Startschubdüse und was ist das? Der Impulsantrieb. Die sind beide kaputt. Ist alles kritisch beschädigt, jetzt muss ich mal kurz lesen. Wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen der Schubdüse Plutonium erforderlich ist. Für die Startprozeduren sind vor der Aktivierung ausreichend Treibstofflevel nötig. Ah, okay. Zum Abheben vom Planeten gedrückt halten. Äh, Space gedrückt halten, um den Geschwindigkeitsschub während des Fluges zu aktivieren. Okay. Raumflugantrieb, Booster und bei Bedarf auch Impulssprünge durch lokale Systeme. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Laden des Impulsantriebs Tamium 9 erforderlich ist. Okay. Ach, hier unten steht, was wir brauchen zum Reparieren. Die KT-Platte und was sind wir hier? Heridium und KT-Platte. Und Zink müssen wir einsammeln. Okay, was ist das hier? Deflektor-Schild. Dieses Energieschild schützt das Schiff vor... Ah, Löserfeuer. Herumfliegende Projektile und Zusammenstößen mit Weltraumschrott. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen des Gerätes Oxidelemente erforderlich sind. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiffinventar des Nutzers. Okay. So, das heißt... Wir müssen das erst mal alles reparieren. Der Herstellungspunkt gespeichert. Sehr gut. Okay. Was ist das hier? Beschädigte Maschinerie. Ah, neue Technologie entdeckt. Impulsdüse Tau. Bietet verbesserte Manifrierfähigkeit und längere Bus bei Raumflügen. Ah, okay. Da brauchen wir Nickel, Termium 9 und Neutrino-Modul 2. Okay, krass. So, was haben wir noch hier? Trümmer. Ein Atlas-Pass-V1 nötig. Was ist das hier? Weisen von kleinen Felsen sammeln. Frachtabwurf. Ah, ich glaube, jetzt sind wir hier schon. Was war das? Das ist jetzt nicht gewesen, verdammt. Ah, guckt, unser Planet ist auch, wie es scheint, radioaktiv. Da müssen wir etwas aufpassen. Ah, krass, geil, beim Check-Pit. Scheiße. Shit. Achso, mit A haben wir hier unser ganzes Zeug zum Sammeln. Da würde ich sagen, wir... Ja, wo gehen wir uns hier erst? Gucken, verdammt. Ich zeige mir, gehen wir hier hin, da, zu den Farbezeichen. Oh, jetzt hängt's, ey. Krass. Ah, hier sind's dauert zu lange, verdammt. Ah, okay, das war Eisen. Ah, das brauchen wir ja nicht, oder? Verdammt. Die Realität erscheint sich zusammenzufalten. In einen Augenblitz sehe ich die Trümmer. In der anderen eine riesige, rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig viel besser, als ich mich jeweils selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen, manipuliert? Mein Name brennt sich in meinen Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte wird losgeäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen der Atlas für mich bereitet hat. Ah, okay. Wir nehmen das mal an, oder? Ich spüre, wie ich das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch. Gut, ich kann's nicht mehr lesen. So, ich besitze unangenehmste Gegenstände. Tja, was ist hier noch? Ach, Atlas Pass V1 nötig. Hm. So, es fehlt immer noch das ganze Zeug. Wir brauchen Zink. Eridium und Kreditplatte. Fuck. Fuck. Es wird scheiße, dass wir uns jetzt hier nicht komplett frei bewegen können. Durch die atomare Strahlung. Das ist Kohlenstoff. Das brauchen wir nicht. Heißenoxid. Scheiße. Was ist das hier für den? Ach, okay. Okay, ich muss 32 Eisen sammeln, um eine Blätter herzustellen. Hm, das ist doch gleich, Mann. Okay, das ist doch gleich mal. Okay, ist die mal überhetzt. Wie viel haben wir jetzt? Plutonien, okay. Ich brauche einfach noch mehr ab hier. Ich brauche einfach noch mehr ab hier. Ich brauche einfach noch mehr ab hier. Ah, es tut mir leid. An die Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Achso, jetzt habe ich schon eine. Ist das jetzt automatisch hergestellt oder was? Eine von zwei. Okay, mit X kann ich das übertragen. So, wie viel haben wir jetzt? Hier 180. Scheiße, wie stelle ich jetzt was hier her? Verdammt. Das heißt, ausrangieren. Na, da würde ich es bestimmt fallen lassen, oder? Ja. Hm. 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 Ein leichtes Metallprodukt, das häufig bei der Herstellung von Schiffsteilen verwendet wird, wird außerdem beim Bau von Planeten, Außenposten und Einrichtungen aller bekannten mächtigen Spezies eingesetzt. Schön, und wie stellen wir das her? Abgebautes Element zum Bauen und Aufladen defensiver Technologien. Tja, wie stellen wir das her? Was heißt das? So, jetzt haben wir wieder zwölf Eisen, wir können... Da hab ich's anfangen, verdammt. Ha. So, schon wieder nochmal ins Schiff, ne? Ach, im Schiff kann ich 500 sein, okay. Ach, Quatsch. Kann ich das übertragen oder ist nicht X? Ne. So, doch. Ach. Ach. Oder wir müssen das doch... Ich weiß es nicht, verdammt. Ach krass, guckt. Ach nein, das war am Schiff. 19 Grad. Was ist das hier? Wieso scannen die das? Ist auch Eisen, okay. Was, was, was sind, was sind das für Viecher? Scheiße. Scheiße, wieso ist das gar nicht das? Gut. Wie viel Eisen haben wir? Ah, das ist praktisch. Okay, 300 von 500. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwelche Wächterviecher sind, auf die wir aufpassen müssen. Wow. Guck mal, die gucken, was wir hier zerstört haben. Verdammt. So, wie sieht's jetzt aus? Voll. Verdammt. Na okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Platten. Zink. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier zu... So ein Fragezeichen. Das ist am nächsten. So, was ist das? Was? Yes, das ist Zink. Yes, das ist Zink. Nice, okay. Da gibt's noch mehr Zink, wie's scheint. Yes. Ach ne, scheiße, ist das Platten. Was haben wir hier? Was ist das hier? Brauchen wir Pluton? Nee, oder? Uh, was ist das? Krass, was ist das hier? Ne Station. Platin brauchen wir auch nicht. Uh, und ein Vieh. Uh. So, wir brauchen irgendwas, um das zu füttern. Oh, jetzt hängt's. Oh. Krass, können wir dann in die Station auch rein? Was macht das hier? Okay. Was macht das hier? Schauen, okay. Strahlungsschutz, nimmt ab. Scheiße. Mal gucken, ob wir hier rein können. Die uns reinlassen. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Oh, krass, ich hätt' nicht gedacht, dass wir jetzt hier gleich auf Lebewesen stoßen. Okay. Die Nasenlöcher des Kriegers. Ja, nun, als ich mich ihm nähe, oder? Er holte Tiefluft und bellte etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eilig zeige ich ihm, dass ich friedliche Absichten habe und nicht viel über ihn und seine Sprache weiß. Er denkt ein Augenblick nach, packt daraufhin ein Multi-Werkzeug und bellt mir dabei wieder mit reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Anzeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes, um Ruhe zu bewahren. Okay, was geben wir denen? Wir können den Eisen geben, oder? Oder müssen wir das sammeln? Kohlenstoff, Oxid. Sieht so aus, oder? Okay. Ich will jetzt hier nichts anfassen, nicht, dass der dann böse wird. Was haben wir denn? Wir haben Eisen, brauchen Kohlenstoff und... Okay, Eisen, Heridium und Kohlenstoff. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Ich weiß, das müssen wir jetzt zurück ins... ...zum Schiff. Was war das hier? Ah, Kohlenstoff. So, jetzt fahren wir bloß nachher Radio für den Guggenheim. Ich weiß nicht, ich gehe erstmal rüber zum Schiff. Kohlenstoff. Was ist das? Eisen? Äh, im Inventar herstellen. Tab. Auf leeren Platz drücken. Was ist das hier? Achso, wir haben jetzt gerade kein Eisen. Das heißt, wir müssen eh zum Raumschiff zurück. Wo ist es? Wo ist es? Ach, da. Ah, auch wieder Kohlenstoff. Scheiße, ich hätte gern das, was der Mann will. Eisenoxid. Oh, nein, das weiß ich nicht. Oh, das tut ja hier weh, oder? Oh, den Check. wir müssen doch definitiv ins schiff was ist das sehr leistung okay gucken wir mal schnell ins schiff rein vielleicht können wir doch die platte herstellen modifizieren was ist das? verantriebsscan, gesundheit, waffen mist, kann man was herstellen? ich weiß es nicht was ist das? hä? Okay, verdammt. So, Zink haben wir. Ah, Heridium, das ist auch das, was der Außerirdische haben möchte. Scheiße. Hier steht ein KT-Platt im Inventar herstellen, auf leerem Platz drüben. Ach, Idiot. Okay, hier drücke ich mal Tab. Zink, das... Jetzt nehmen wir mal das Eisen. Was ist das jetzt hier? 20-Eisen-Kohlstoff. Technologie installiert. Das war, glaube ich, du gerade. So, was können wir hier machen? Was ist das? Eisen, Plutonium. Achso, hier können wir was aufwerben. Ich habe keine Ahnung, ey, Scheiße. Wie stellt man solche Platten her, verdammt. Hm. Na gut, uns fehlt eh noch etwas. Na gut, uns fehlt eh noch etwas. Okay. Okay. Was ist das hier? Platin, das brauchen wir nicht. Drücke auf Lernplatz. So, jetzt drücke ich hier drauf und kann hier nichts mehr machen. Scheiße, ey. Kann ich auch nichts mehr machen. Ha. Das ist Kunststoff. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Oh nein, wieso nimmt das ab? Platin, das brauchen wir nicht, verdammt. Plutonium auch nicht. Ich habe jetzt halt Angst, dass wir dann hier verrecken auf den Planeten. Oh, hier sind ein paar Schiffe. Kunststoff. Ist das auch nicht? Oh, hier. Ah, neue Technologie entdeckt. Beschleunigtes Feuern, äh, Sigma. Photonkanone. Begleiteinheit. Die Feuerrate der Photonkanone wird erhöht. Schnellfeuermodifikation, die Schadens-, äh, Eliminierungs- und Zerstörungspotenzial bei anvisierten Zielen erhöht. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiff Inventar des Nutzers. Ah, okay. Geil. Eisen. Scheiße. Jetzt sind wir wieder bei unserem Kollegen. So, was gibt's hier? Auch wieder Eisen. Das ist ja mal Produkt-, Ügungs-Chip erforderlich. Okay. Eisenoxid. Ah, ein Energiekanister. Ah, Plutonium, okay. Ah, Plutonium, okay. Ah, ein Energiekanister. Ha. Kein Stoffesotop. Guck mal, jetzt ganz schön der Betrieb, ey. Schon drei Raumschiffe. Ach krass, jetzt haben wir das Viegel gefüttert mit Eisen. Ach, jetzt freut's dich zum Randweg, sehr schön. Ach, jetzt freut's dich zum Randweg, sehr schön. Hey, was macht das? Tanium, okay. Scheiße, ich geh jetzt erstmal zurück zum Schiff. Hier sind noch Pflanzen. Das brauchen wir auch nicht, verdammt. Aber hier waren wir ja schon. Schiff. Scheiße. Prima. Oh, oh, ich verrück' mich jetzt hier nicht. Shit, 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 shit. Komm schon, komm schon. So, das Ding ist, unser radioaktiver Schutz lädt sich auf, aber nicht unsere Lebenserhaltungssysteme. Scheiße, ey. Das ist jetzt doof, ey. Fuck, fuck, fuck. So, das Inventar ist voll, ey. So, jetzt haben wir das hier alles ins Schiff geladen, obwohl wir das gar nicht brauchen. Oh, die Kohlenstoff. Hm. Das können wir rausnehmen. Hm. Na gut, Leute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, wir kommen dann an das Heridium ran. Ich will auch nochmal zu der Kreatur gehen, der das dann gibt. Vielleicht gibt er uns dann ein Upgrade. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Zum Schluss. Für die nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.